Das für Sprüche. Das Tier ist doch gemein. Jam 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 jam. Ich habe eine E-Mail bekommen. Was hast du? Eine E-Mail bekommen, oh. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder niederwertig empfindest? Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Ach, halt die Fresse. Ach du schon. Wo ist eigentlich das Ziel, wo wir hin müssen? Okay, das ist jetzt. Da vorne hin. Geh mal rüber. Nein, ich gehe da nicht rüber. Ah, nee, kannst du gar nicht so. Du musst rüberfliegen wieder. Dann komm durch. Boah, was ist das denn? Das ist ein Faggott-Spiel. Geh mir da wieder rein. Ne, wo muss ich denn da hin? Du musst da rüberfliegen. Ja, wie aber? Ja, da oben ist so ein Ding wieder. Ich muss wieder richtiges Timing abwarten. Wo ist dein Ding? Hast du ein Ding am Dingeling? Da oben an der Wand. Wo? Oh, nö. Wo muss ich das eigentlich immer machen? Wo ist er nicht? Vielleicht darum. Ich bin Superman. Aua. So. Jetzt mach die Klappe auf. Warte mal. Ja, hab ich schon. Werf holen. Nein, ne Kugel. Ich hole dein Zwillingsbruder. Ja, oder Kugel. Nimm die Kugel. Komm da runter. Nicht, aber nicht durch das Kraftfeld laufen, ne? Okay. Ja, warte. Oh, nein. Tschüss, Kugel. Nein. Wer? So. Du hast noch nicht verrecken. Nein, aber ich glaube, durchs Portal gehen müssen. Halt nicht. Nein. Wir müssen das so machen. Ich glaube, hier durch. Aber ich verstehe. Ihr möchtet den Test genießen. Ja, klar. Ich will nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch. Ach, halt die Klappe. Dafür esse ich mir jetzt eine Schokolade überzogene Waffel. Waffel Ei. Ja, macht das. Frierefzeig. Nein. Doch. Hm-mm. Doch. Nein. Doch. Flash beherrschte ich. Du hast. Es gibt noch 5000 weitere Test-Teams, mit denen ihr in direkter Konkurrenz steht. Aber keiner Sorge. Ich sag, du hast dein Handy aus. Aber ich glaube, du es. Ich hab nur die Vibration gemerkt. What the fuck? Hä? Was hast du für den Behinderten-Test? Oh, nee. Nicht schon wieder. Nee. Nee. Geh rein. Nee. Was soll ich das machen? Nee. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Geh da schon freiwillig rein. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Da ist ein Knopf, den du drücken musst. Okay. Und zwei Knöpfe sind das. Und den anderen jetzt auch noch drücken. Oh nein. Doch, geschafft. Yay. Komm. Bringt Spaß. Ja, das bringt Spaß. Aber ich komme hier nicht weg. Ey. Fang. Er dribbelt, er dribbelt. Er kickt ihn. Wee. Rusch. Hä? Warum müssen jetzt... Warum hatten wir jetzt drei Bälle? Frag mich nicht. Keine Ahnung. Ist doch blöd, die Alte. Ja, ist sie auch. Die ist ja dumm als Stück Stroh. Stück Stroh? Computerfehler. Eindeutig, ey. Würde gar nicht wissen, wie viel FPS die Alte hat. Zwei. Ne, minus 500. Meine Güte. Ja, gleich schnell Kapitel 2. Ich habe nicht mal gecuttet. In meiner geilen Forschung. Ey, das hätte Let's Minute werden können. Hier im Kapitel einfach sofort cutten. Was? Ja. Was? Ich habe... Ne. Okay. Fertig. Wacker. Pinchen. Nein. Komm, wir machen hier vor. Schere, Stein, Papier, okay? Ja. Doch nicht. Und weiter geht's. Lass mich auch mal was machen. Ja gut, mach. Sieht das behindert aus. Guck mal, warte, guck dir das mal an. Warte. Dann sieht der echt dämlich aus. Oh. Ui. Muss ich jetzt einfach nur da rüberkommen? Ach, scheiße. Hättest du da nicht auch ein Portal setzen müssen? So, vielleicht? Ja. Ich glaube, ja. Hatte? Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Das muss ich machen. So. Das musst du bei dir machen. Ach so. Ob ich da war. Warte. 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 Wie soll das denn jetzt? Ach so, ich muss ja eigentlich nur. Warte. Äh. Das ist jetzt die Frage. Bratwurst. Du hast doch noch ein Portal sitzen, ne? Ja, ja. Ist schon gut. Ach, yo. Ich kann halt durchspringen ja einfach. Bin ich blöd. Ja, guck mal, ich spiel jetzt einfach durch. Ja. Was für eine Bratwurst, ey. Guck mal hier, winky, winky. Boah, noch mehr. What the fuck. Das wird ja immer bekloppt. Das passt zu uns. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Guck mal, ich hole erst den Würfel, okay? Hm. Oh. Oh. Okay, ich hole erst den Würfel. Bis gleich. Ja. Eiwürfel. Oh. Eiwürfel. Eiwürfel. Was machst du da? Jetzt hast du. Ist die behindert? Nein! Ah. Äh. Der fliegt da mal rüber. Äh. So. Oh nein. Oh nein. Was macht der Würfel? Da musst du erst mal rüberfliegen. Okay. Okay, bin. Okay. Wie? Eingeschlossen jetzt hier, hallo? Kann ich keine Portale auch noch? Nee. Äh. Ach, warte mal. Komm mal wieder raus. Kann ich nicht. Doch. Warte mal. Gib mal mal den Würfel hoch. Ach, den Würfel musst du draufstehen lassen. Ja. Wann bist du blöd? Ja. Ich bin blöd, aber dir fällt das selber nicht ein, oder wie? Wo müssen wir hin? Da durch dann. Warte mal. Äh. Äh. Ich muss dir noch eins. Warte mal. Zwei müssen dagegen. Okay. Warte mal. Ich fliege schon mal rüber. Kurz. Dann mach ich. Du musst dagegen springen? Ja, ich war so. Ach so, ja. Nee, geht nicht. Du musst rauskommen, oder? Nee, ich kann nur nicht da durchschießen. Warte mal. Und jetzt musst du mal durchfliegen. Haaaaaaah. Bin ich geil. So, und jetzt musst du mir... Ähm, ja. Ja, oder so. Wie ist ihr, wie ihr nach dem kleinsten Erfolgserlebnis schwachsinnige Freudentänzer aufhört? Haben wir einen neuen Freudentanz? Genau so sieht ihr ja aus. In euch stecken wir. Ich will das an der fetten Kuh ausprobieren. Hallo. Kamera. Doch, der ist ja Roboter-Tanz. Mensch. Boah. Meine Güte. Wie viel war das, dass du jetzt bei dir verbraucht hast? Wie war das auf diese knappe halbe Stunde eigentlich? 30. Okay, das ist nicht viel. Nee. Ja, aber mir waren das 32, glaube ich. Oh man. Ja, ist es auch. Also hier hätte ich noch 150 Minuten aufnehmen können. Hm. Hm. Ach, halt die Backen. Das meine ich ernst. Machst du da. Noch nix. Warte mal, du klatschst dagegen. Warte, 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 warte. Du bist blöd, du hättest dich dir noch lassen können, man. Das war meine Portale. Die waren schon richtig. Jetzt geh mal wieder da hoch. Was ist das denn für die Scheiße? Immer wieder da hoch. Tschüss. Aha. Äh, warte. So, wie kommen wir an die Würfel ran? Wo ist eigentlich der Dü? Ach, da oben vorn. Ja, ist klar. Wo? Du kannst mich mal am Arsch lecken. So, du machst da das Partei? Mach mir einen Punkt. Da und da. Und ich müsste aber von da aus ganz leicht eigentlich rankommen. Ja. So. Hui. Hui. So. Und jetzt muss... Musst du das lassen, so. Jetzt kommt gleich der Würfel. Geflogen. Hui. 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 Oh, scheiße. Oh, nein. Okay, ich lau nochmal durch. Bissässlich. Scheiße, ey. Das war langweilig. Ich wollte den Entsprung kriegen, aber naja. Ach, das wird noch lustiger. Besonders, wenn wir die gefertigten Maps probieren. Hey. Warum machst du das jetzt? Weiß ich nicht. Weil ich nur mal fliegen will. Wir müssen das zweimal machen, ne? Ich muss das auch machen. Auch fliege, fliege. Mh. Ihr sollt noch hochkommen. Ja, ja. Das stimmt. Hui. 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 Ich fliege aber so gern. Wie meine Portale sind, musst du jetzt sie setzen. Ja. Fertig. Ach. Ich erinnere mal die Kamera. Mach nur weiter so, um dir lässt es bereuen. Ja. ich hatte dich genutzt wer ist auch da seito ist klar wo bin ich denn jetzt und weiter geht's ich verarsch die kamera immer gerne halt die klappe so es war knapp drin da kommt die kugel über dir da da bin ich zu und jetzt immer dadurch 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 da drauf weil dann fliegst du eigentlich zweimal du fliegst rüber dann fliegst du normalerweise nicht noch mal rüber du kannst zurück noch mal naja musst du jetzt auch machen mach ich muss abwarten das timing jetzt du musst denn drücken wenn ich beim ersten bin ja toll ich muss mich andersrum dringen glaube ich ich drehe mich immer falsch mensch jetzt fang 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 bist du ein zero ey wie machst du die portale denn weg weiß ich nicht du bist der king geflogen gegen den würfel voll zero ey warte mal spring mal rüber und stell dich mal dahin wo der ane wieder gar nicht ey wie soll das denn gehen ich muss den schon fangen ja dann geh mal rauf erst mal gucken das war zu früh jetzt das war zu früh jetzt jetzt mir leckt das immer so ein bisschen aber so jetzt fang gut bin ich geil ich habe den würfel fallen gelassen dafür wirst du mich jetzt hassen muss man aber auch richtig abteilen doch irgendetwas stimmt nicht welcher hatte ja alle doch ja machen den roboter ich bin kaum rein nein ich muss mir noch so eine so eine waffel einnehmen war das jetzt das sechste okay 30 minuten immer schuld auf